oh oh my god hallo leute willkommen zu einem neuen youtube wieder auf diesem kanal der der gk ist auch da der robert leo bühler war nicht ohne leo bühler ist auch dabei der ben ist dabei unter floris dabei und heute haben wir eine wunderschöne planei in schlappnen und natürlich mit dem neuen radl also ich habe auf jeden fall bock herfahrt war schon echt nice aber wild wir haben die radl echt geil befestigt gehabt alter push industries hat zugeschlagen alter das ding das hängt immer so nach unten müssen wir es jetzt hier also ange spannend war geil auch ein ba der dorf Ich habe eigentlich alles auf dem Exxon, aber es ist meine Waffen und ein paar Bauern noch. Sonst geht's bitte. Meine Hose ist mir im Arsch geritzen. Man hört genau gar nichts, Max. Der Profi, ja. Das ist irgendwie ein bisschen stabil. Und jetzt? Junge, schaut so schön aus. Geisteskrank. Und da unten fliegt der Abi. Welcome to Planei. Warum ist es eigentlich so kackhell? Ja, also ich habe kein Problem mit meiner Melon Optics Brille. Hashtag Sponsorin. Hier ist Fahrradfahren verboten. Hallo meine Zuckerschnittchen und willkommen zu meinem neuen Youtube Video. Wir sind in Schladming. Willst du? Oh! Alter, meine Hose! Oh! 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 der Gubel Endlich, endlich geht es mir was Gutes. Doch, ich fahr doch nicht hinter Leo. Oh mein Gott. 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 sitzend reingefahren und meine Hosen auf den Sattel drauf. Ich wollte aufstehen, geht nicht, geht nicht. Mein Kind. Irgendwas ist los. Die haut immer raus, die haut immer raus. Danke. Ja, der ist eingeschnappt, schau hier, weil der ist in die Kette, also in die Kassette eingeschnappt. Ja, das ist sowieso schon ganze Zeit, ja das ist nicht so schlimm. Danke, viel lieb. Viel lieb. Danke. Danke, viel lieb. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also wir sind jetzt im Parkhaus und es regnet wirklich übel. Wir haben eigentlich gedacht, dass wir jetzt Jacken holen und so und dann wieder weiterfahren. Aber, also der Beine war da und so und anscheinend hat er darüber gesagt, dass wir jetzt fahren. Robert, ist ein bisschen schade, weil ich wollte eigentlich nur Monsterjumplane flippen. Aber, alles klar. Also Leute, es ist zwar ein bisschen windig, aber ich probiere jetzt einfach mal den Table da zu flippen. Medlinotai. Yeah, Gangshit. Max, deine Hosentasche schauen raus. Egal, schaut trotzdem gut aus. So ein sexy boy, Mädels. Der ist noch Single, also klärt ihn euch. So gut. 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 Es geht echt so gut und ich fliebe jetzt am letzten. Oh, der war echt sketchy, weil ich bin nicht, ich weiß nicht, ich hab den Papp irgendwie nicht so gut mitgenommen, also am Anfang und dann, keine Ahnung, hab ich auch noch keuten und kauft und rickauen. Lieber Willer, was machst du, Sui? Ich heul noch nicht. Ich hoffe, euch hat das YouTube-Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's mit dem YouTube-Video. Lasst ein Like und ein Abo da, folgt uns allen auf Instagram. Ich hoffe, Maxi verlinkt uns alle in der Infobox. Brutal. Ja, wer disliked, hat kleine Eier und abonniert, wie gesagt, sonst scheiße ich in eurem Backofen.